Herzlich willkommen, hier ist der Verhundert-Podcast. Ich bin nicht Steffen. Und ich bin nicht Luis. Wir haben die 118. Folge zum 15.05.2021, an dem die Folge erscheint und von vor 100 Jahren... ...war der 15.05.1921. Das ist die letzte Folge der Frühjahrsstaffel 2021 und auch 1921, ist immer so zweigeteilt in diesem Format. Und die Folge besteht erstmal aus einem Hausmeisterteil, begrenzt immer auf zwei Minuten. Denn wir reden zu viel über uns selbst und das muss man begrenzen, das ist ein Selektionsproblem. Und danach reden wir über die Themen von vor 100 Jahren. Was war da los? Was hat die Leute bewegt? Und am Ende, Luis, kommst du nochmal... ...mit dem Elch, den elchigsten Elch, der Elche, quasi der Elch mit einer Locke im Geweih. Ja, du redest über Harry Graf Kessler und liest aus seinem Tagebuch. Kommen wir jetzt zum Hausmeisterteil. Und das erste Thema ist, wir haben unsere heißgeliebte Eieruhr nicht am Start. Ja, denn wir sitzen spontan draußen... Im Schillerpark. Im Schillerpark in Berlin-Wedding. Wir nehmen gesondert auf, das heißt, wenn wir gleich über die Themen von vor 100 Jahren sprechen, dann reden wir wieder über den Äther und nicht im Park. Wenn wir dann danach zu Harry Graf Kessler kommen, hört ihr wiederum wieder Vogelgezwitscher. Denn da sitzen wir wieder im Park. Genau, also wir können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Sie sind daran, dass wir letzte Woche den Hauptteil aufgenommen haben. Und jetzt habe ich spontan eine Tour auf meinen Arbeitsplatz gemacht. Nach meiner Rückfahrt besuche ich jetzt den Steffen auf sicheren Abstand im Park und fahre dann nach Hause. Und quer durch ganz Berlin mit meinem Stahlross, einem Fahrrad der Marke Ostrad. Genau. Spannende Details, ich weiß, deswegen, man merkt, diese Zwei-Minuten-Grenze ist super wichtig. Ja, das sollte ein Pferd sein, was ich nachgemacht habe. Ja, ja, das ist auch richtig. Genau. Dann haben wir noch eine Korrektur. Dem Luis ist beim Hören aufgefallen, dass ich mich versprochen hatte, die Kosten, die ich letztes Mal angesagt habe für die Besetzung des Ruhrgebiets, waren nicht 100 Millionen Mark, sondern 100 Milliarden Mark. War ich das? Du hast es hingeschrieben, dass es falsch war und ich habe die korrekte Summe rausgesucht. Okay, das hatte ich wieder vergessen. Teamwork. Wir haben die Konzepte immer schon mehrere Monate, Wochen da rumstehen. Soweit einem was einfällt, regt man das da ein und ich vergesse immer viel. Okay, was wir auch noch haben ist, unser Podcast gliedert sich pro Jahr in zwei Staffeln. Eine Frühjahrsstaffel und eine Herbststaffel. Jede Staffel hat fünf Folgen. Das sind zehn Folgen im Jahr, also pro Staffel durch zwei sind fünf Folgen. Unnötig kompliziert erklärt. Bedeutet, die Frühjahrsstaffel geht Januar, Februar, März, April, Mai, immer zum 15. eines Monats fünf Folgen. Dann ist im Juli ein Monat Sommerpause, wo wir diesmal nicht auf der Insel am Pazifik, sondern halt in Brandenburg am Unkensee, wenn es gut läuft, Sternburg trinken statt Cocktails, weil Sommerpause ist. Und danach geht es weiter, August, September, Oktober, November, Dezember wieder eine Folge zum 15. Das ist unser Staffelprinzip, kennt man auch bei anderen Formaten. Ja, zwei Anmerkungen. Also, um es kurz zu machen, im August kommt die nächste reguläre Folge. Und zweiter Punkt, wenn es gut läuft, trinkt Steffen keinen Sternburg. Ja, das wünsche ich dir auch. Und ich würde sagen, Luis, lass uns damit mit den Themen von vor 100 Jahren anfangen. Ja, vorher habe ich aber noch einen Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ich dachte, ich könnte es überspielen, aber okay, Luis, erzähl diesen grandiosen Witz. Also, man muss sich das erst mal vorstellen, dass es nicht Teil des Witzes ist, dass hier so zwei Typen mit Abstand, mit zwei riesen Headsets in so einem Park rumsitzen. Und der eine ließ jetzt gleich einen Witz von vor 100 Jahren vor. Ja, original aus der Vossischen Zeitung Zeitbilder, meine ich. Korrekt. Wird auch verlinkt. Für den Knaller. Ja, der Knaller. Eile mit Weile. Hast du schon gehört, Edith, das Ehescheidungsverfahren soll beschleunigt werden? Um Himmels Willen. Dann kommt man ja mit dem Heiraten gar nicht mehr nach. Und damit kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Ich fange an mit Kunst. Und Freunden von Harry Graf Kessler. Ja, komischerweise. Normalerweise ist der Harry Graf Kessler Teil ja eigentlich am Ende der Folge, Luis. Das wundert mich. Auch, dass du Kunst wirst. Also bei der Vorbereitung. Luis wollte unbedingt diesen Kunstteil machen. Das hat mich gewundert. Aber ich bin jetzt gespannt, was kommt. Und zwar, es gibt einen Beleidigungsprozess gegen Dadaisten. Ja. Und Dadaisten, das ist eine sehr, sehr merkwürdige Kunstform, mit der ich persönlich nicht viel anfangen kann. Ich habe jetzt einiges gelernt. Ich habe etwas recherchiert. Einer der Vertreter dieser Kunstform ist Georg Grosch. Harry Graf Kessler hat ihm auch im Laufe des Ersten Weltkriegs geholfen und mehrmals über ihn sein Tagebuch geschrieben. Und Willein Herzfeld ist hier auch betroffen. Der ist auch mehrmals in sein Tagebuch herangekommen. Die beiden stehen vor dem Landgericht, werden ja im Landgericht und sind wegen Beleidigung angeklagt. Denn Georg Grosch hat eine Mappe veröffentlicht, die nennt sich Gott mit uns. Und da habe ich ein Bild rausgesucht aus dieser Mappe, das werden wir verlinken, wo zwei ältere Herren am Tisch sitzen. Die sind sehr, sehr unangenehm und fratzkenhaft aus, stoßen sich zu. Und im Hintergrund sieht man, wie Soldaten mit Bayern hätten eine Menge niederknüpfen. Und der eine Herr am Tisch ist ein Militär. Und der andere Herr am Tisch sieht aus, wie ein reicher Kapitalist, Großkapitalist, damaligen Sprachgebrauch, wie er im Buche steht. Ja. Und Anlass des Prozesses war eine Strafanzeige, eines Hauptmanns der Reichswehr. Und in der Anklageschrift wurde genannt, Zitat, Verspottung der edelsten Güter der Nation, Dinge, die geeignet gewesen sind, den Wehrgedanken in Deutschland zu vernichten. Was denkst du, wie der Prozess ausgeht, Steffen? Komme ich gleich zu. Erstmal möchte ich sagen, das Bild, was du hier rausgesucht hast, das erinnert mich stark an das Buch Krieg dem Kriege von Ernst Friedrich. Falls du dich noch daran erinnern kannst, wir waren ja mal mit die Ulrike im Antikriegsmuseum, was jetzt hier quasi bei mir um die Hecke ist. Und der Enkel, Urenkel, keine Ahnung, irgendwie so hat er dieses Museum gegründet oder macht das, betreibt das gerade. Und der eigentliche Begründer Sohn war Ernst Friedrich, der dann auch vor den Nazis verfolgt wurde. Und der hat auch so ein Buch gemacht. Da waren auch so Bilder drin, aber nicht Gezeichnungen, sondern Fotografien. Und das ist damals schon sehr verpönt gewesen und hat schon ordentlich für Aufsehen gesorgt. Daher würde ich denken, Strafanzeige gestellt, wahrscheinlich wurden sie auch verurteilt. Was denkst du, welche Größenordnung? Ein schweres oder ein mildes Urteil? So wie die Leute damals drauf waren und sie ja im Gedanken angeblich unbesiegt waren und sich schon daran gestört haben an solchen Bildern, denke ich, wird das eine hohe Haftstrafe sein. Ich weiß es nicht, haben die eine Freiheitsstrafe bekommen oder Geldstrafe? Oder beides? Völlig überraschend, ein relativ mildes Urteil. Aha. Denn das Gericht hat diese Zeichnungen als Spaß bezeichnet. Als Spaß? Ja, ein Gericht, was Spaß versteht. Korsch muss 300 Mark Strafe zahlen und Wieland Herzfelde 600 Mark Strafe. Und das ist nicht viel. Also damals sind die Löhne durch die Inflation extrem gestiegen und ein Bankangestellter verdiente im Jahr 2000 Reichsmark. Also das überrascht mich. Ist schon trotzdem nennenswert viel Geld. Die haben ja mit der Mappe vielleicht auch Einnahmen erzielt. Deswegen ist es doch sehr, sehr mild. Ja. Vor allem, ich glaube, so zehn, circa zehn Jahre später, also etwas mehr zehn Jahre später, zur Zeit des Nationalsozialismus, ich glaube, dass man da schon hart verurteilt werden konnte für solche Bilder. Korrekt. War hier aber nicht der Fall. Also da ist es immer spannend, dass die eigenen Vorurteile doch nicht zutreffen. Deswegen habe ich die Meldung auch reingenommen. Überraschend. Dann würde ich, wenn es okay ist, das Thema weg sind. Ja. Und zwar, ich wollte noch was zu dem gerellen Lebensstandard damals im Deutschen Reich sagen. Was erstmal interessant ist, weil das deckt sich auch nicht mit meinen Vorurteilen. Im Jahr 1921 hat das Deutsche Reich Vollbeschäftigung. Wir haben im Jahresdurchschnitt 346.000 Arbeitslose. Das ist was für eine Quote ungefähr? 2,8 Prozent. Okay, das ist sehr niedrig. Vor allem hätte ich, ich hatte jetzt schon gedacht, dass das mehr sind, weil ja auch sehr viele aus dem Krieg zurückkommen, die nicht mehr arbeiten können. Aber gut, wahrscheinlich die Männer, die dann zurückkommen, die haben dann die Frauen wahrscheinlich verdrängt, die vorher in den Berufen waren. Viele ehemalige Soldaten fanden nicht mehr in ihrem Beruf Arbeit, indem sie vor dem Krieg beschäftigt waren. Im Januar 1919 hatten wir noch 6,6 Millionen Arbeitslose und jetzt sind es nur 346.000. Das sind sehr überraschende Zahlen. Hast du einen Grund dafür, warum das so stark zurückgeht? Also florierende Wirtschaft, harte Arbeit oder? Ja, ich habe mich das auch gefragt, weil das sehr überrascht. Ich habe recherchiert und das Bild ist überhaupt nicht eindeutig. Da rufe ich auch an die Hörer auf, gerne Kommentare einzureichen. Es ist so, dass trotzdem mehr Bewerber auf offenen Stellen sind, als Stellen vorhanden sind. Was überrascht bei den Zahlen? Weil die Inflation stärker steigt als die Löhne. Es sind quasi, haben die Mehrzahl der Arbeitnehmer mit Hunger, beengten Wohnungsverhältnissen und unzureichender medizinischer Versorgung zu kämpfen. Es kommt dann später im November, im Dezember diesem Jahr zum Plünderung von Lebensmittelgeschäften. Das ist also kein einheitliches Bild. Also offensichtlich gibt es viel Arbeit. Sie wird jedoch sehr, sehr schlecht bezahlt. Mit 1.200 Mark, Stand 1.10.1921, kann man eine vierköpfige Familie, das ist der durchschnittliche Monatsverdiener, als Alleinverdiener, nur unter großen Entbehrungen ernähren. Wow. Unter großen Entbehrungen. Also die Inflation nimmt dir voll zu? Wahnsinn. Richtig. Also ein Metallarbeiter verdient 1.100 Mark, Textilarbeiter 1.050 Mark, ein Maurer 1.700 Mark, ein Bergarbeiter 1.700 auch und ein Amtmann 2.400 Mark im Monat, 1921. Wir haben mal gesagt, dass vor dem Krieg, glaube ich, der durchschnittliche Monatslohn eines Hafenarbeiters 70 Mark war. Korrekt. Und wie gesagt, bei meiner Recherche, das ist meine Haupterkennung, das Bild ist sehr, sehr widersprüchlich. Und was ich hier mitgenommen habe, warum ich diese Meldung mitgebracht habe, ist, dass dieser Fokus auf die Arbeitslosigkeit nicht unmittelbar auf die Lebensqualität und auf den Wohlstand eines Landes eine Aussage treffen lässt. Offensichtlich kann man bei Vollbeschäftigung Massenelend haben. Das fand ich doch sehr, sehr interessant. Trotzdem ist ja in sich die Zielerreichung, so viele Leute in Arbeit und Lohn gebracht zu haben, ein Erfolg, der überschattet wird davon, dass die Leute ihre Familien nicht ernähren können. Ich hätte meine Erwartungshaltung wäre ganz anders gewesen. Ja. Man geht immer so davon aus, wenn man möglichst viele Arbeit finden, dann müsste es den Leuten auch gut gehen. Aber die andere Seite der Medaille ist halt auch die Entlohnung. Das ist das Klassische. Die Realität ist oft viel, viel grauer und uneindeutiger. Ja. Ich werde das Thema über den Sommer mitnehmen und möchte da mich weiter mit beschäftigen und dann in der Herbststaffel zurückkommen mit mehr Erkenntnissen. Ja. Das wollte ich schon mal vorne vorweg anbringen. Aber bleiben wir mal bei dieser Situation, so Hunger, schlechte Löhne und wechseln zum nächsten Thema. Das ist eine goldene Überleitung zu meinem Thema. Und zwar reden wir über den Black Friday. Der ist ein, ja, es kommt aus dem Englischen. Das heißt, wir verlassen das Deutsche Reich geografisch und wechseln, gehen rüber auf die große Insel zu Großbritannien und befassen uns mal mit den Bergarbeitern in Großbritannien im April des Jahres 1921. Da haben wir folgende Situation. Es gibt auf der einen Seite Probleme, und zwar britische Kohle ist seit dem Herbst letzten Jahres nicht mehr gut im Absatz. Der Absatz geht zurück. Und, tja, im Deutschen Reich steigen zwar die Löhne aufgrund der Inflation, also indirekt, aber in Großbritannien gehen dahingehend, aber in Großbritannien gibt es im Gegensatz Lohnkürzungen. Und die ganzen Bergarbeiter, die sind jetzt in einer kleinen Krise, wechseln mal zur Einordnung. Es gibt 2500 Gruben, die sich im Besitz von 1500 Firmen befinden. Und es gibt keinen einheitlichen Tariflohn. Das heißt, wenn man seinen Lohn anpassen will, dann muss man das jeweils individuell in der Firma machen. Man kann nicht zurückgreifen auf irgendeinen Tariflohn. Das heißt, zwischen diesen 1500 Firmen gibt es eine breite Streuung an Löhnen. Und der Arbeitnehmer soll dasselbe aushandeln, was natürlich durch die bekannte höchst faire Machtverhältnis, durch das bekannte höchst faire Machtverhältnis bei Lohnverhandlungen wahrscheinlich super funktioniert. Ja, und es kommt jetzt am 01.04.1921 dazu, dass der Staat eine kleine Änderung reinbringt. Und zwar wird es seit April keine staatliche Bewirtschaftung mehr der Betriebe im Bergbau, beziehungsweise auch nicht mehr bei Betrieben der Energieversorgung oder des Verkehrs geben. Also du hast noch nicht mal eine staatliche Unterstützung. Die fällt jetzt auch weg. Und das bewegt die Bergleute dazu, die Arbeit niederzulegen im April. Es kommt zu einem großen Streit. Und darüber reden wir jetzt in den nächsten Sekunden, Minuten. Und wo ein Streik ist, da sind auch Forderungen, Luis. Was würdest du denn jetzt vermuten, nachdem du die Probleme kennst, was die so für Forderungen haben? Ich würde spekulieren. Ich hoffe zumindest, dass sie sich versuchen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, dass sie ein Gesetz fordern, dass Gewerkschaften mit Sprachrecht haben in den Betrieben, dass das Sozialsystem der Regierung aufgebaut wird, dass es gesetzliche Vorgaben gibt bezüglich Arbeitszeiten und sowas. Genau, also es gibt grob drei Forderungen, Hauptforderungen. Das eine ist die Löhne, die sollen vereinheitlicht werden. Es soll zudem keine Senkungen mehr geben. Dann möchten sie, dass alle Bergbaubetriebe verstaatlicht werden. Du kannst dir vorstellen, dass die 1.500 Firmen das ganz toll fanden. Das kann man mir vorstellen. Da bekommen einige wenige Schnappatmung. Und dann noch die letzte Forderung hier, dass schlecht laufende Betriebe auch noch staatlich subventioniert werden sollen. Das stößt übel auf, vor allem beim Premierminister. Und der antwortet erst mal, indem er zu den Streikenden das Militär schickt. Das Problem ist, das Militär kann jedoch nicht überall sein. So kommt es dazu, dass einige Zechen absaufen. Also die Arbeiter streiken, indem sie das Wasser nicht mehr abpumpen lassen. Und die Regierung lässt dann, es gibt ein Notstandsgesetz, und das besagt, dass man das Militär und dass man vor allem Streitkraftreserven einberufen kann, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und genau das macht der Premierminister jetzt vor 100 Jahren in Großbritannien, sodass der Widerstand auf Seiten der Bergbauarbeiter langsam zusammenbricht und auch Verhandlungen scheitern. Und jetzt fragen sich die Bergbauarbeiter, wir haben ja eine schlechte Ausgangslage, aber Moment mal, wir sind doch alles Arbeiter. Wir müssen uns mal Verbündete suchen. Und Verbündete, das sind im besten Fall andere Arbeiter, denen es auch schlecht geht. Zum Beispiel den Eisenbahner und andere Transportarbeiter. Und genau an die wenden die sich jetzt, die Bergbauarbeiter, und sagen, ja, Mensch, hier, wollt ihr nicht mitmachen? Und die sagen am Anfang, ja, natürlich, komm, wir machen hier mit. Wir streiken, gründen hier so eine kleine Triple-Streikenschaft. Also die mächtigen drei quasi. Doch kurz bevor der Streik jetzt losgehen soll, kommt es dazu, dass sie sich doch wieder splittern. Und die Eisenbahner und Transportarbeiter, die sagen, nee, wir machen jetzt doch nicht mit, denn wir finden eure Forderungen ein bisschen zu hart. Und zwar geht es da vor allem um die Forderungen der Verstaatlichung und der Subventionierung. Also genau das sind diese beiden Forderungen. Da wollen die Bergbauarbeiter nicht von ab und das schreckt die Eisenbahner und die Transportarbeiter aber so stark ab, dass sie dann sagen, nee, wir machen jetzt doch nicht mehr mit. Sodass die Bergbauarbeiter jetzt alleine weiter streiken. Das beginnt jetzt am 15.04., dass die noch mal ordentlich loslegen, noch mal weiter streiken. und das geht jetzt so drei Monate lang noch. Das ist aber ein sehr schlechtes Vorzeichen, wenn man alleine weitermacht. Ja. Und diesen Beginn des Streiks, den 15.04., das war ein Freitag, der nennt sich Black Friday. Und zwar einfach aus dem Grund, das ist so eine ganz, ganz üble Situation. Einfach die Bergwerkseigentümer, die zeigen auf ihrer Seite keine Einsicht, die Regierung ist jetzt am längeren Hebel, hat ja auch diese Notstandsmaßnahmen und es gibt dann auch Streit im eigenen Lager. Und das ist so, in Großbritannien entstand ein großes Ereignis gewesen, was an mir bisher völlig vorbeiging, ehrlich gesagt. Aber das ist ein wichtiges Ereignis gewesen, dort drüben auf dieser großen Insel namens Black Friday. Wir werden weiter berichten. Es geht noch drei Monate lang so weiter. Wir können schon mal spoilern, dass es am Ende eine Art Einigung gibt und auch leichte Verbesserungen. Was es sein wird, werdet ihr in drei Monaten hören. Hier nochmal ergänzend, dass im Deutschen Reich die Zerstütterung der Gewerkschaften genannt wird, als Grund, warum es den Arbeitnehmern schwerfällt, sich zu organisieren und bessere Bedingungen für sich zu erkämpfen. Aber ich glaube, das ist ganz gut als Hintergrundrauschen, um sozusagen den roten Faden für diese Frühjahrsstaffel im Jahr 1921 aufzunehmen. Und zwar die Frage der Reparation aus dem Großen Weltkrieg. Es gibt ein Ultimatum in London, das der britische Premierminister David Lloyd George an den deutschen Botschafter in London überreicht. Und zwar, es wird gesagt im Automatum, es ist eine Reparationsleistung von 132 Milliarden Goldmark zu leisten. Und es ist innerhalb von wenigen Tagen zuzustimmen. Ansonsten wird das Rheinland besetzt. Wir hatten das Thema ja schon mal. Ich fange auch nochmal an von der Vorleitung, um das alles so ein bisschen einzuordnen. Ja, also diese Reparationsfrage ist das Thema aus meiner Sicht für das Jahr 1921. Seither Vertrag wurde eben die Kriegsschuld festgelegt ausseiten des Deutschen Reiches und Reparationen vereinbart. Die Höhe wurde nicht festgelegt. Und da gab es am Januar, vorhin berichtete die Pariser Konferenz, und da war die Summe 226 Milliarden Goldmark. Also doppelt so viel, etwas fast doppelt so viel, wie die Summe, die jetzt im Raum steht. Ich sozusagen vereinfache hier auch radikal. Also ich versuche das jetzt möglichst einfach, diesen Ablauf darzustellen. Und auf der Pariser Konferenz folgte die Londoner Konferenz, wenige Tage später, die halt mit dem Gemeinsam mit dem Deutschen Reich stattfand. Und da hat das Deutsche Reich Gegenvorschläge eingebracht, die dazu geführt hatten, dass die Konferenz abgebrochen wurde. Es wurde nicht mehr miteinander gesprochen. Und die Siegermächte haben Ruhrgebietstätte besetzt. Und da sind wir jetzt. Nach dieser sozusagen Scheitern der Londoner Konferenz gab es Treffen der Siegermächte ohne des Deutschen Reiches. Und es kam als Ergebnis dieses Ultimatum zustande. Also Nummer eins, Versailler Vertrag. Reparationen müssen gezahlt werden, Höhe unbekannt. Nummer zwei, im Januar Pariser Konferenz. 226 Milliarden Goldmark. Nummer drei, Londoner Konferenz. Gegenvorschläge der Deutschen. Kompletter Achbruch. Alles auf Null. Besetzung von Ruhrgebietstätten. Düsseldorf, Duisburg. Weiter Verhandlungen der Siegermächte untereinander ohne des Deutschen Reiches. Festlegung einer Zahlung von 132 Milliarden Goldmark mit Ultimatum und Drohung der Besetzung des Ruhrgebietes. Steffen, ich finde, das ist ein relativ kolettiges Thema. Ich habe, war das so, war das so? Ich habe ja noch die letzte Folge geschnitten und noch im Kopf, ich kann dir folgen, Duis, und ich glaube, unsere Zeitreisenden haben den Apparaten auch. Also ich hoffe es, ja. Und jetzt habe ich mehrmals den Begriff Besetzung, Ruhrgebiet, Ruhrgebiet. Und wie kann man das Ruhrgebiet zweimal besetzen, habe ich mich gefragt. Und zwar Stand heute von vor 100 Jahren sind nur Ruhrgebietstädte besetzt. Ich habe dazu eine Karte, die könnt ihr leider nicht sehen, die können wir verlinken. Und zwar, jetzt ist nun ein sehr, sehr kleines Gebiet, was im Wesentlichen Duisburg und Düsseldorf und das Umland ist. Und jetzt geht es um komplett die Besetzung des Rheinlandes. Also die nächste Stufe sozusagen der Eskalation. Ja, aber wir reden ein Gebiet, das Kleve, Duisburg, Krefeld, Düsseldorf, Essen, Gelsenkälchen, Köln, Bonn, Aachen, Teile der Pfalz umfasst. Ein Riesengebiet. Davon reden wir hier. Ein großes Gebiet mit sehr viel Kohle, ja. Genau, sehr viel Kohle. Und darum geht es auch um die Industrie. Und da, die Franzosen haben generell das Ziel, das Deutsche Reich langfristig zu schwächen, um sie als militärischen und Machtfaktor auszuschalten. Und da gibt es zwei Ruhrgebiete. Einmal das im Ruhrgebiet und einmal das in Schlesien. Zu dem Gebiet in Schlesien kommen wir auch noch am Ende der Folge. Und die Franzosen sind eher so grundsätzlich extrem vereinfacht dafür, die Gebiete zu besetzen, hart durchzugreifen, um Deutschland als Machtfaktor auszuschalten. Und England hat eher eine neutralere Position und ist der Meinung, wir wollen Geld. Dafür muss die Wirtschaft im Deutschen Reich funktionieren. Das ist schon mal schlecht, wenn man sich da nicht so einig ist. Das ist jetzt das grobe Setting, was wir haben. Ja. Jedenfalls am 5.5. wird dieses Ultimatum übergeben. Das passiert, einen Tag vorher ist schon das Kabinett Fährenbach die Regierung zurückgetreten. Es kommt zu einer neuen Regierung unter Josef Wirth und der unterschreibt dieses Ultimatum, was sozusagen eine Annahme der in den Dokument geschriebenen Bedingungen ohne Vorbehält darstellt. Das wundert mich so ein bisschen, dass der Fährenbach das nicht unterschreiben wollte. Er ging ja letztes Jahr, meine ich, dann wurde er neu gewählt und in seiner Antrittsrede damals sagte er, ja, 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 wir werden erst mal Zugeständnisse machen und hart arbeiten und um zu zeigen, dass das nicht funktionieren wird. Das ist jetzt ein Jahr später dann doch, anscheinend hat er gemerkt, dass diese Politik nicht funktionieren wird. Ich finde es richtig, dass er zurücktritt. Also wenn du quasi als Regierungschef mit diesen Bedingungen nicht einverstanden bist, würde ich auch zurücktreten. Ja, ja, klar. Mich wundert es, dass er damit nicht einverstanden ist. Ich meine, er hat ja Gegenvorschlage gemacht und die wurden nicht angenommen. Das heißt, er ist mit seiner Politik gescheitert und an dem Punkt macht es Sinn, zurückzutreten. Er hat ja Gegenvorschlage vorgebracht, die nicht angenommen wurden. Also ich, so lese ich das raus. Und außerdem ist es auch ein starkes Zeichen an die eigene Bevölkerung zu sagen, wir können nicht anders. Wir wollen nicht, deswegen tritt die Regierung zurück. Wir bilden jetzt eine neue, ist auch ein starkes Signal an den eigenen Leuten, sich damit nicht zu identifizieren. Das heißt stark, also in der damaligen Sinne stark. Ich meine, auf der anderen Seite, er wollte ja zeigen, dass das nicht funktionieren kann. Ich dachte, er meinte über die Jahre hinweg, dass er jetzt allerdings schon zeigt, dass das nicht funktionieren kann. Gut, kam dann doch früher, als erwartet, von meiner Seite aus. seine Gegenvorschlagung abgedrückt, er tritt zurück. Es gibt eine neue Regierung und ich habe das extrem vereinbart. Jetzt einige Details, auf die man sich jetzt geeinigt hat, vorläufig. Wir kommen dazu, das wird sich später noch mal einiges ändern. Es gibt diese 132 Milliarden Goldmark in 66 Jahresraten zum Zinssatz von 6%. 26% der Erträge der Exporte des Deutschen Reiches sind abzugeben. 12 Milliarden Goldmark sind sofort zu leisten. alle Einwohnerzahlen sind aufzulösen. Einwohner wären, Entschuldigung, alle Einwohner wären aufzulösen. Das ist wichtig, weil wir einen Freischärblerkrieg in Polen, in Schlesien haben. Zur gleichen Zeit, da kommen wir später zu. Und eine Sache, die ich interessant fand, im Universale Vertrag wurde festgehalten, dass Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen sind der Deutschen. Und es wurde gefordert, dass die Einwohnerzahlen auszuliefern sind. Und hier haben die Deutschen geschafft, nach Einspruch zu erreichen, dass diese Verbrecher vor inländischen Gerichte vor Gericht gestellt werden. Und die Alliierten überwachen den Prozess. Hier gab es sogar einen Kompromiss. Oh ja. Der klingt auch gar nicht so schlecht, der Kompromiss. Also er klingt so, als ob man von der Entente-Seite schon dem zustimmen kann. Richtig. Ergebnis war aber, dass im Laufe von einem Jahr nur zwölf Hörle verhandelt wurden und alle Haftstrafen fallen niedrig aus. Gut, ja. Was für ein Zufall. Sehr, sehr niedrig. Ja. Höchstens zwei Jahre. Und es gibt keine Unterstrengung der Deutschen, große Anstrengung, die Täter zu ergreifen. Und diese Täter, die sind genannt von den Alliierten. Also, ja. Ja. Das ist dieses Londoner Ultimatum. Ah ja. Okay. Danke, Luis. Es wird ja gleich nochmal politisch. Vielleicht wollen wir nochmal dazwischen eine andere Meldung reinbauen. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Ja. Und mit diesen Zahlen, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Es wurde auch eine Einigung getroffen, dass es über verschiedene Anleihen getroffen ist. Ich habe auch Quellen gefunden, die sagen, dass England zum Beispiel gerechnet hat, dass es einen Teil der Summe gar nicht jemals sehen könnte und das nur aus Rücksicht damit der Franzosen drin ist. Nur dafür habe ich keine Belege gefunden. Ich wollte damit nur sagen, da steckt noch sehr, sehr, sehr viel mehr drin in diesem Thema und ich habe es wirklich sehr extrem vereinfacht. Hier nur nochmal Anmerkung. Und der entscheidende Punkt ist halt diese Staffelung, dass diese Einordnung der Summen gegeneinander und das Machtverhältnis und einfach das, wenn wir auch hören, was in England gerade los ist mit dem Black Friday, das war ja alles in der Zeit, dass wir so ein Gefühl bekommen, was gerade die Leute damals bewegt, finde ich. Danke dir. Wir kommen zu einem anderen Thema und zwar geht es auch in anderer Hinsicht mit dem Deutschen Reich langsam wieder voran, nämlich wenn es darum geht, das Fernkabelnetz auszubauen. Wir haben jetzt jemanden namens Hans Bredow und ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, Luis Hans Bredow, ich habe ihn vorher nicht gehört, aber er wird als Vater des Rundfunks bezeichnet. Der ist mir auch neu. Und der übernimmt jetzt so vor 100 Jahren, nimmt er die Leitung des Telegrafen, Fernsprech- und Funkwesens. Er ist ein technischer Staatssekretär, also das, was der Herr Scheuer im Jahre 2021 vor den Wahlen hat und hoffentlich nach den Wahlen nicht mehr. Eben stimme ich zu. Und sein erstes Ziel ist der Ausbau des Telefonnetzes. In dem Zusammenhang wird auch die Deutsche Fernkabelgesellschaft gegründet. Und Luis, du fragst dich jetzt bestimmt, warum diese Meldung? Warum sucht Steffen jetzt diese Meldung raus? Und zwei Gründe. Erstens, dieser Mensch hat den Begriff Rundfunk etabliert. Also er ist der Erste, der der Rundfunk erwähnt in einer Rede. Finde ich schon mal bedeutend. Und dieser Herr ist so bedeutend, Luis, dass er im Jahre 1973 eine Briefmarke bekommen hat. Und wenn das kein Grund ist, diese Meldung in V100 aufzunehmen, dann weiß ich auch nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, dieser Hans Bredow, wer ist das eigentlich? Also ist das genauso jemand, ist es jemand, der ist kompetent oder ist das ein Scheuer? Und dann habe ich mir mal angeguckt, was der so gemacht hat, um zu gucken, war der denn jetzt kompetent? Und um es vorwegzunehmen, ja, Hans Bredow war aus meiner Sicht kompetent. Ich habe keine Zeitreise, aber ich glaube, Herr Scheuer bekommt keine Briefmarke in 50 Jahren in der Zukunft. Kann ich mir nicht vorstellen. Sei denn, wir fahren alle SUVs in 50 Jahren. Lassen wir das Thema. Wir müssen diesen Kasperle keine Aufmerksamkeit gönnen. Ja, also Hans Bredow selber, um ihn einzuordnen, Jahrgang 1879, der wurde auch relativ alt, also der ist erst 1959 gestorben, im Alter von 79 Jahren, also hat sein 80. Geburtstag nicht mehr mitbekommen. und seine Karriere beginnt quasi so mit 24 Jahren, im Jahr 1903. Da wird er Projektingenieur bei AEG, Berlin und Riga, für Starkstromanlagen. Also das ist schon mal eine gute Referenz im Lebenslauf, würde ich sagen. Später wird dann dieser Betrieb übernommen, es wird Telefunken gegründet, da wird er auch mitgenommen, er darf da auch weiterarbeiten. Und Luis, ich weiß nicht, ob du es kennst, kennst du die Marconi Company? Sag mal mal kurz, warum das Thema wichtig ist, also jetzt unabhängig von der Briefmarke. Briefmarke und Rundfunk, ich fand das einfach interessant. Okay. Das war mein voller Ernst. Okay. Ja. Es hat doch was damit zu tun, wie Radio entsteht, denke ich mir, oder? Ja, genau. Gut, also das Thema ist wichtig, weil das ist die Ursprungsgeschichte vom Radio. Ja, also er hat diese Fernkabelnetze, diesen Ausbau von Telegrafen und Telefonnetzen hat er ausgebaut und hatte Visionen, wie Radio entstehen soll. Radio gibt es im Sinne von heute damals noch nicht, es kommt erst in den nächsten Jahren, aber wir werden berichten. Aber er ist sozusagen der Urvater dafür. Er hat die Infrastruktur gelegt und hatte das Ministerium inne. Damals Radio war ja dann noch, also generell Rundfunk war ja eine Angelegenheit der Reichspost. Genau. Und jetzt kommen wir zurück. Ich frage dich nochmal, Luis, Marconi Company, sagt dir das was? Nein. Also Marconi Company war Anfang des 20. Jahrhunderts war sozusagen auf den Schiffen so der heiße Scheiß. Also von Marconi gab es die Telegrafentechnik. Wenn du Schifffahrt betreiben wolltest, dann musstest du Telegrafiebetriebe, also Gerätschaften von Marconi haben. Die waren gut, die waren genormt und die hatten einen gewissen Stand der Technik. Telegraf heißt, du hast dann so ein Morse-Ding, wo du dann über Funk Nachrichten denkst. Genau. Und das ging so weit, dass Marconi die ganze Company ein Monopol hatte. Die Company übrigens, die gab es relativ lange noch, die ist erst 2006 aufgegangen in eine andere Firma, seitdem existiert sie faktisch nicht mehr, übrigens auch britisch. Also die hat es noch relativ lange gegeben. Und warum erwähne ich das jetzt? Weil dem eins von Bredow, der hat auf deutschen Schiffen auch so ein eigenes Telegrafie-System, eigenen Standard eingerichtet und der war so gut, dass der dieses Monopol aufgelöst hat von Marconi. Also das muss man erstmal schaffen. Und das hat er geschafft, indem er auch unter anderem sich Australien gesichert hat und dort sehr viel genetzwerkt hat und auch in Südamerika sehr viel genetzwerkt hat. der hat sehr, sehr viel kommuniziert und hat auch sehr viele Leute gekannt auf unterschiedlichsten Kontinenten und hat dafür gesorgt, dass die auch miteinander kommunizieren können. Hört sich sehr, sehr spannend an. Ja, der hat auch zum Beispiel 1914 hat er einen Funkbetrieb von Nauen, also das Nauen bei Berlin, von Nauen nach Togo, Deutsch-Lied-Westafrika und Kamerun etabliert. Also ein Funkbetrieb. Das ist schon, also ich kenne nach einem sehr, sehr spannenden Leben. Ja, das ist jetzt übrigens auch eine Quizfrage, also für alle, die selber gerne Quizzes erstellen. Und Luis, vielleicht hörst zu, falls wir noch mal demnächst wieder quissen, in Nauen steht die älteste noch bestehende Sendeanlage der Welt. Wer hätte es gedacht? Hätte ich nicht gewusst. Also die ist in Betrieb seit 1906 und ganz witzig fand ich, die hatte anfangs gar keinen Stromanschluss. Der Strom, der kam nur von so einem Wechselstromgenerator und der wurde angetrieben von einer Lokomobil. Also fand ich sehr witzig. Das denkt man gar nicht, wenn man sagt, okay, Nauen, was gibt es da eigentlich außer Wald und Dörfer? Aber ja, da steht die älteste Sendeanlage. Und ja, dieser Mensch, der kommt jetzt dazu, der bekommt schon 1919 dann den Reichspost, das Reichspostministerium und wird Ministeraldirektor. Der errichtet dann das Reichsfunknetz 1919, fängt er an, beginnt auch mit dem Ausland Funknetze zu etablieren. Es gibt eine Rede, die er gehalten hat, da gibt es dann einen Bericht aus der Zeitung, da wird beschrieben, dass er eine Jules-Vernsche Kühnheit hat in seiner Rede, also seine Visionen sind Jules-Vernsche Kühnheit und ja, er hat anscheinend eine sehr futuristische Vision von zukünftigen Rednern, wie sie in drahtlose Apparate zu Millionen von Menschen sprechen werden. 1921 erwähnt er dann noch erstmals den Begriff Rundfunk, wobei Rundfunk ein bisschen anders gemeint ist als heute. Damals gemeint war das, dass eine Sendung telegrafisch nicht an einen Empfänger, sondern von Empfängeranlagen der Reichstelegrafen Verordnung in insgesamt 76 Städten aufgenommen wird und dann verteilt wird. Meinst du wie aufgenommen? Eine Nachricht wird empfangen von diesen Empfangsgeräten in den 76 Städten. Genau, man kann eine Information gleichzeitig an N Stellen in dem 76 Städten. Das ist das Rundfunk Prinzip und diese Stellen sorgen dafür, dass es weiter verteilt wird. Verstanden. Das ist nicht mehr 1 zu 1, sondern 1 zu N und das ist Rundfunk. Dass du einen Aktiven hast und passive Empfänger Geräte. Wir haben auch im Chronik Buch eine Grafik, die ist leider ein bisschen schlecht in der Hinsicht, dass hier eine Grafik, die schreibt, wie viele öffentliche und private Fernsprechstellen es gab und zwar in den unterschiedlichen Ländern. Ich nehme jetzt an, dass das im Jahr 1921 der Fall ist und da reden wir mal zum Vergleich. Also die Werte sind jetzt in 1000. Österreich hat 125 und das ist hier in der Grafik das Land mit den wenigsten öffentlichen und privaten Fernsprechstellen. Dann die Top 3 sind einmal Frankreich mit 511 dann kommt Großbritannien und dann das Deutsche Reich. Also der Zweite Großbritannien hat knapp unter also hat 995 und dann kommt Deutschland hat fast so viel wie alle anderen zusammen. Das ist ähnliches Verhältnis wie heute wie heute wie bei den Militärausgaben mit den USA. Nee, nicht ganz so viel. Also ein bisschen weniger, aber das Deutsche Reich hat 1946 und wie gesagt, die Zahlen sind in 1000. Also hat so viel wie Frankreich und Großbritannien insgesamt. Und das ist schon ordentlich. Also der Typ hat ordentlich losgelegt mit seinem Ausbau. Also Deutschland ist sozusagen bei diesem Rundfunk, bei diesem neumodischen Rundfunk Thema, bei diesem Rundfunk Netz Thema gerade beim Ausbau des Netzes führend. Ja, genau. Deutsche Reich. Und also nachdem ich das gelesen habe, diesen Hans von Bredo, sein Werdegang kam ich zu der Kenntnis, das ist kein Scheuer, das ist ein Bredo, um mal das andere extrem, also dem anderen extrem einen Namen zu geben. Aber das ist unfassbar spannend, hätte ich damals gelebt, hätte ich versucht da mitzumachen, das finde ich ist gerade das Thema Netzwerktechnik, das Verbinden von Austausch von Daten und das ist auch super interessant. Ja, finde ich ja auch. Ist im Endeffekt auch nur ein Netzwerk, es war jetzt nur ein man kann nicht zurück senden, aber trotzdem ein Netzwerk. Super, also generell, ich meine, ich habe Informatik studiert mit Internetprotokollen und wie man über das Internet kommuniziert, das war der Hauptaspekt meines Studiums, also für mich hat das schon einen gewissen Stellenwert. Also ich finde das auch sehr interessant, habe jetzt nicht dein Fachwissen dazu, Wirtschaftsmathematiker haben Protokolle nicht so oft, aber trotzdem sehr spannendes Thema. Genau, also soviel dazu. Vielen, vielen Dank, Stefan, fand ich sehr interessant, vor allen Dingen das wusste ich gar nicht, dass er eine Briefmarke hatte. Ja, gut, dass er eine Briefmarke hat, das ist natürlich äußerst merkenswert, also das ist auf jeden Fall besser als ein Wikipedia-Eintrag, kann man schon mal sagen. Ja, doch, ein Wikipedia-Eintrag, ja. Und, dass die halt trotz von dem allen, was passiert, Besetzung der Ruhrgebiete, Streit, Reparationsfrage, diesen, sozusagen, diese sozialen Spannungen, die, die, die Unklarheiten an der Ost, sozusagen, an der damaligen Ostgrenze, die Spannungen mit den, mit den Aufständen der Kommunisten, mit den Aufständen der Rechten und dass trotzdem so ein Mensch, ein Staatssekretärjob bei der Reichsregierung bekommt, eine Chance hat, Dinge zu bewegen und dass halt da wirklich Neuland gewagt wird. Ja, vor allem auch, dass er ja, also, er hat ja schon 1919 angefangen und hat da schon Funknetze mit dem Ausland und auch vor allem mit den USA aufgebaut. Also 1919 war alles andere als ein politisch leichtes Jahr, vor allem mit den USA. Sein voller Name ist Hans Karl August Friedrich Bredow, eine coole Sau. Ja, also, das Gegenteil von Scheuer ist Bredow, für alle, die es wissen wollten. Der Vorhundert hat das jetzt so definiert. Gut, also ein kleiner Schweif und Luis, du hattest noch ein anderes Thema. Ich weiß, es geht um den Osten. Genau, und zwar, wir haben im Laufe bisher die letzte Folge der Frühjahrsstaffel im Jahr 1921, wir hatten mehrere Meldungen, die habe ich gesammelt und wollte die in einen Rutsch rüberbringen, die sich mit dem Osten beschäftigen. Und das mache ich jetzt, mehr oder weniger. Zu Beginn ja. Ja, und zwar einmal, wir haben zwei Themen, einmal die Entwicklung der damaligen Sowjet Russlands und einmal die neue Grenze zwischen Polen, dem neuen Staat und dem Deutschen Reich. Ich fange an mit dem zweiten Thema und gehe rein in das Thema Oberschlesien. Das andere wichtige Industrie im Deutschen Reich, im Vergleich zum Ruhrgebiet, war Oberschlesien. Also Schlesien, das ist so ein Gebiet, das geht bei Görlitz los und wickelt sich parallel zur heutigen tschechischen Grenze bis da, wo Slowenien ist. Und Oberschlesien ist das Gebiet, was an Slowenien der Nähe ist, also was weit weg ist aus Sicht von Berlin. Also naja, man muss schon sagen, wir beide wohnen in Berlin und da findet man häufiger mal Familien, die Ahnen haben, die aus Oberschlesien kommen. Also auch meine Familie, also ich habe ja einen polnischen Nachnamen und Familie von mir kommt ja auch aus Oberschlesien ursprünglich. Ja, um Schlesien in Friedrich der Große, drei furchtbare Kriege gekämpft, die mit 20% seiner Bevölkerung als Todesopfer gefordert haben, war ein deutschsprachiges, also mehrheitlich deutschsprachiges Gebiet, katholisch. Und Niederschlesien ist sozusagen das Gebiet, was am meisten an der Grenze ist. Und da ist ein sehr hoher Anteil von polnischsprachigen und sich Polens zugehörigen Menschen. Und es gibt ja im Versailles Vertrag die Idee, Wotowitschen, Weltbestimmung, Recht der Volker und dieses wichtige Industrierevier wurde seit 1919 von einer interalliierten Kommission verwaltet, ist alliiertes Hoheitsgebiet. Hier soll es eine Abstimmung geben und dann, wer die Abstimmung gewinnt, da geht es hin. Und dann gab es eine Abstimmung mit einer Wahlbeteiligung von 98%. Das ist ordentlich. Extrem aufgeladen von beiden Seiten und 59,6% haben für Deutschland gestimmt und 40,4% für Polen. Das liegt jetzt, ist das jetzt nicht gerade eindeutig? Überhaupt nicht eindeutig. Und da liegt auch das Problem, weil auch sozusagen die polnischen deutschen Bevölkerungsteile auch sehr getrennt sind. Also man hat große Bezirke mit einer hohen polnischen Majorität. Und jetzt ist die Frage, was nun? Zusätzlich wird das Gebiet kontrolliert von Alliierten, die unterschiedlicher Auffassung sind. Frankreich ist eher dafür sehr sehr vereinfacht, dass das Gebiet zu Polen kommt, um diese Industrieressourcen unter die Kontrolle der Polen zu bringen und weg von den Kontrollen des Deutschen Reiches. Und Großbritannien hat eher die Tendenz, sozusagen, dass wenn die beim Deutschen Reich bleiben können, ja uns besser Geld bezahlen. Ja, das sind wieder nicht ganz so gute Ziele, die zusammenpassen. Und das ist jetzt der Hintergrund. Und dieser Teil von Schlesien, da gibt es einen ganz großen polnischen Anteil und jetzt ist halt die Frage, was ist zu tun. Und am 2. 5., also vor zwei Wochen, gab es einen polnischen Aufstand. Und zwar in diesem Gebiet Niederschlesien. Das ist ja unter aller Eterkontrolle, das heißt, das Deutsche Reich ist weit weg und darf nicht eingreifen, darf die Reichswehr nicht eingesetzt werden. Und es wird aber natürlich auf deutscher Seite aufgerufen, dagegen fortzugehen und dann sogenannte deutsche Selbstschutzverbände schlagen diesen Aufstand nieder und es kommt zu Kämpfen auf dem Gebiet, sozusagen so eine Art Schattenkrieg zwischen irregulären Truppen und der wird erst geendet, nachdem Alliätertruppen einmarschieren und beide, wo die deutsche Seite und die polnische Seite sich zurückziehen muss. Und jetzt ist die Stimmung da vergiftet und keiner weiß, was da passiert. Das habe ich jetzt hier angebracht, das Thema, das hat sich schon, die Abstimmung war im Februar und der Aufstand war jetzt im Mai, das ist schon seit mehreren Monaten am Rollieren und das ist vielleicht auch nochmal gut als Einordnung im Vergleich zu dem, was im Ruhrgebiet passiert. Ja, also an beiden Seiten kracht es hier. Genau. Und Polen hatten wir ja, ist ein neuer Staat, den gab es vor 1918 nicht, da war das Deutsche Reich und das Russische Reich direkte Nachbarn und beide Seiten sind nicht glücklich über die Entstehung dieses polnischen Staates. Haben sie ja auch im Laufe der Geschichte mehrmals hintereinander aufgeteilt. Und da gibt es jetzt auch ein Abkommen und zwar vom 6. 5. zwischen den Deutschen Reichen des Wettrussland. Da wurde erstmal vereinbart, dass die letzten Kriegsgefangenen ausgetauscht werden. Beide Seiten erkennen, sie haben doch etwas gemeinsam, auch wenn sie sich politisch sehr weit auseinander sind. Einmal diese bürgerliche demokratische Weimarer Republik und einmal das kommunistische Russland. Trotzdem fühlen sich beide Seiten als Verlierer des großen Weltkriegs. Sie fühlen sich beengt durch die Siegermächte und sie mögen Polen nicht. Und es gibt natürlich dann Artikel, die geheim sind, nicht veröffentlicht werden, die eine militärische Kooperation vereinbaren. Also es gibt zwei Streitenden einen gemeinsamen Feind und sie verbünden sich. Ja, das ist und das habe ich hier eingebracht, weil im Laufe der Jahre das Deutsche Reich darf ja nur eine kleine Reichswehr unterhalten und es darf wichtige militärische Schlüsseltechnologien nicht betreiben, also Flugwesen, O-Boote, etc. etc. Durch dieses Abkommen hat das Deutsche Reich die Möglichkeit, hier in Russland geheim am beizubleiben und Sowjetrussland hat die Möglichkeit von deutscher Technologie daran zu partizipieren. Das ist in den nächsten Jahren so ein Hintergrund passiert, deswegen wollte ich das hier einbringen. Finde ich sehr interessant, danke, dass du das nochmal erwähnst. Und die Grenze zwischen dem Deutschen Reich und Polen hat viele, viele Streitpunkte, nicht nur in Wiederschlesien, sondern auch der sogenannte polnische Korridor, sagt dir das was? Ja. Das ist dieser Korridor zwischen Ostpreußen und Ostpreußen, dann kommt Danzig, dann kommt das ehemalige Westpreußen, was nach dem Versailler Vertrag polnisch ist, da kommt ein ganz schmales Gebiet und dann geht es weiter mit Pommern und dieses schmale Gebiet wurde im Versailler Vertrag vereinbart, dass es an Polen geht, um einen Zugang an der Ostsee zu ermöglichen. Ich bin mal letztes Jahr mit dem Fahrrad von Danzig nach gefahren, nach Usedom und da gab es dann eine Hafenstadt und da hat man das gemerkt, da wurde das ganz groß überall berichtet, dass das der polnische Korridor war, der war auch nicht groß, sind wir schnell durchgefahren, dass da der polnische Hafen war, der sozusagen der einzige Zugang war für Polen für wenige Jahre. Und jetzt hat die Frage, wie ist diese Grenze, die Grenze ist relativ klar an der Stelle, bis auf Abstimmgebiete in Ostpreußen, ist es natürlich so, dass Danzig unabhängig ist und es gibt jetzt ein Abkommen, das den Zoll, Pass, Zug, Post, Telegraphen, Fernsprechwesenverkehr regelt unter einem Schiedsgericht in Danzig. Das war im April. Hier fand ich interessant für mich, dass die beide Seiten das irgendwie hinbekommen. Also wenn man heute an die Brexit-Verhandlung denkt, ist das ja nicht einfach mal so hingekleckert, so ein Ding. Und irgendwie kriegen sie es hin. Das fand ich interessant, dass da irgendwie konstruktive Zusammenarbeit möglich ist. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Politik damals noch eine etwas andere Geschwindigkeit hatte. Ja, fand ich und das ist erstmal der Block. Jetzt wollte ich nochmal über diese Wettunion sprechen. Also der nächste Block. Korrekt. Es gibt Unruhen, ähnlich wie in England, Arbeiterunruhen, besonders in Leningrad. In Leningrad gibt es Ausnahmezustand und das liegt daran, dass durch die Kommunistische Revolution sind Bauern verpflichtet, komplett ihre Erzeugnisse abzuliefern. Und die werden dann planwirtschaftlich zentral verteilt. Die städtische Bevölkerung bekommt einen festen Prozentsatz dieser Erzeugnisse. Das führt zu einigen Problemen. Eins der Probleme ist, dass Bauern überhaupt keinen Anreiz haben, sich zu arbeiten, um etwas herzustellen, weil sie alles abgeben müssen. Das klingt immer im theoretischen Modell, wenn man den Menschen nicht betrachtet, klingt das ganz plausibel, aber wenn man den Menschen mit reinzieht und seine Macken und Eigenheiten und auch seine Bedürfnisse, dann klappt das nicht. Ja, die Brotzuteilung ist um ein Drittel gekürzt. Der Brotpreis ist vom letzten Jahr auf diesen Jahr um das Elfenhalbfache gestiegen. Es gibt landesfrei fünf Millionen Tote an Unterernährung und deren Folgeerscheinungen. Fünf Millionen? Ja. Und das sind sozusagen nur die davon betroffenen, unabhängig von den Toten aus dem Bürgerkrieg, die auszahlreich waren. Und es gibt Einmaleffekte aus dem Bürgerkrieg, dass halt viele Gebiete verwüstet sind und nicht bestellt werden können. Und das Ergebnis ist, dass, wie gesagt, Arbeiterunruhen in Leningrad entstehen, dass es eine Massenflucht gibt von Land in die Städte, weil sie sich da eine bessere Versorgung erhoffen. Ein liebtes Ziel ist Moskau und die Hungernden versammeln sich um Moskau in armseligen Feldlagern. Die Meldung ist aus dem Februar. Es war auch entsprechend warm in Moskau im Februar, wo dann die Menschen sehr geschwächt sind und es kassieren zahlreiche Krankheiten, die sozusagen da beste Bedingungen finden. Vor diesem Hintergrund gibt es einen Matrosenaufstand in Kronstadt. Kronstadt, das ist eine kleine Insel, eine Festungsinsel vor Leningrad in diesem Meerzipfel zwischen Estland und Finnland. Da befinden sich 16.000 Marineangehörigen und die Proben den Aufstand. Also bei der Zahl an Marineangehörigen, das ist ja schon mal ordentlich, das ist schon, das sind nicht wenig, das macht schon Eindruck. Richtig. Diese Matrosen erklären sich solidarisch mit den im ganzen Land demonstrierenden Arbeitern. Es gibt ein Komitee, das übernimmt die Macht im März in Kronstadt. Die Forderungen sind Neuwahlen, Beseitigung der Privilegien von Parteimitgliedern, Redepresse und Versammlungsfreiheit, Aufhebung der Dienstpflicht, Gleichheit bei der Lebensmittelzuteilung für alle Arbeiter, Aufhebung der Handelsbeschränkung, freies Handwerk und freie Kleinindustrie, Verfügungsfreiheit der Bauern über ihr Land. Das ist im März. Und das fordern die. Sie wollen keine parlamentarische Demokratie, sie wollen diese Reform. Weil das System scheint wohl nicht zu funktionieren, weil auch die Zuteilung der Lebensmittel an der Arbeitsstelle abhängig ist. Nicht an Personen. Das führt dazu, dass es sehr krasse Ungerechtigkeiten gibt, weil jeder versucht, so viele wie möglich Arbeitsstellen noch sich zu vereinigen. Ja, also überleg doch mal, wie riesig dieses Land ist und so eine Verteilung zentral zu planen, das klappt in meinen Augen einfach nicht. Korrekt. Diese Matrosen setzen Funksprüche ab, in denen es heißt, Zitat, Genossen Arbeiter, Kronstadt kämpft für euch, für die Hungernden, die Frierenden und die Schutzlosen. Kronstadt hat das Banner der Rebellion erhoben und ist gewiss, dass Millionen Arbeiter und Bauern diesen Rufe folgen werden. Es ist undenkbar, dass das Morgenrot, das von Kronstadt ausging, nicht zum hellen Tageslicht für ganz Russland werden sollte. Schillert nur so vor Metaphern. Was denkst du, was macht die sowjetische Regierung jetzt? Ich würde davon ausgehen, dass sie jetzt mit Militär vorgeht. Korrekt. Artillerie beschießt Kronstadt. Es hat so eine Festungsinsel, sie wird auch angegriffen, wird aber verteidigt seitens der Marine, die diese Insel hält. Ja, also sie sind quasi da so ein bisschen dann auch eingekesselt, kann ich mir vorstellen. Genau. Es kommt nicht dazu, dass sich Arbeiter und Bauern der Revolution anschließen und so wird der Matrosenaufstand nach erbitterten Kämpfen von der Übermacht der Roten Armee niedergeschlagen. Viele dieser Soldaten konnten sich nach Finnland retten. Das war nicht so weit, das war auch alles vereist, man kann da auch so Fuß rüber. Finnland war damals ein eigener Staat, wir haben berichtet, und ist sozusagen dieser Kronstadt, das ist direkt vor Leningrad und Finnland war etwas größer damals als heute. Die hatten sozusagen ein Gebiet, was die Winterkriege und den Zweiten Krieg verloren haben, waren direkt an der Stadtgrenze von Leningrad und man konnte relativ gut hin, da konnten einige hin kommen und der Aufstand kam unter anderem nicht zustande, weil es am 8. März dem 10. Parteikogress der Kommunistischen Partei Russlands in Moskau stattfand, vom 8. bis 16. März. Und Lenin hielt eine, wie ich finde, doch sehr interessante Rede, also ich wäre von Lenin immer überrascht, also das, was er sagt, das ist überraschend realistisch, also es ist nicht so, jedenfalls ich erzähle erstmal, was er vorliest und dann vielleicht ist das dann, habe ich also Zitat, begingen wir den Fehler, dass wir beschlossen, den unmittelbaren Übergang zur Produktion und Verteilung zu verziehen. Wir waren der Meinung, dass uns die Bauern aufgrund der Ablieferungspflicht die notwendigen Mengen Getreide liefern und wie es auch die Fabriken und Werke verteilen werden und dass wir damit eine kommunistische Produktion und Verteilung haben werden. An der ökonomischen Front haben wir bei dem Versuch zum Kommunismus überzugehen eine Niederlage erlitten, die ernster war als irgendeine militärische Niederlage, die uns jemals beigebracht wurde. Die Ablieferungspflicht im Dorf, dieses unmittelbar kommunistische Herangehen an die Aufgaben des Aufbaus in der Stadt behinderte den Aufschwung der Produktivkräfte und war die Grundursache der tiefgehenden ökonomischen und politischen Krise. Die neue ökonomische Politik bedeutet die Ersetzung der Ablieferungspflicht durch die Steuer, bedeutet den Übergang zur Wiederherstellung des Kapitalismus in beträchtlichen Ausmaßes. Konzession an ausländischen Kapitalisten, das ist eine Wiederherstellung des Kapitalismus und genau das haben die beschlossen. Die haben diese neue ökonomische Politik beschlossen und den Kommunismus an vielen Stellen zurückgefahren. Das sind harte Worte, finde ich. Er gilt ja als die Galleonsfigur des Kommunismus in Russland und dass er eine Rede hält, in der er sagt, dass der Kommunismus an dieser Stelle gescheitert ist und man hier den Kapitalismus wieder einführen muss. Hart. Wahnsinn. Hätte ich auch nicht erwartet. Korrekt. Finde ich sehr, sehr interessant. Da kommen wir gleich später zu. Ich finde es auch überraschend analytisch und faktisch. Ich gucke mal nach Nordkorea. Ich glaube, in Nordkorea würde man so eine Rede nicht hören. Als Beispiel. Ja, würde mich auch wundern. Genau. Was ist der Kern dieser Änderung, die aus dieser Gesamtlage entsteht? Und zwar, diese Bauern, die haben jetzt eine Steuer und die müssen diese Steuer halt bezahlen und was darüber hinausgeht, dürfen sie behalten und können sie am freien Markt verkaufen. Es gibt einen freien Bindelhandel und es dürfen Privatunternehmen gegründet werden und es dürfen sogar außenländische Firmen Unternehmen gründen und es wird auch nach Kapital im Ausland geworben. Klingt nach Kapitalismus, ja. Genau. Es gibt die Freiheitsbeschränkung der Arbeiter, wie etwa die Dienstverpflichtung auf Arbeitsplätze werden gelockert. Es gibt eine Staffelung der Lohnhöhe nach Leistung und Qualifikation der Produktivität. Okay, also das klingt wirklich sehr stark nach Kapitalismus. Ja, also auf das habe ich alles sehr überrascht, deswegen habe ich auch das Aufgrund und beides halt nicht in dieses, zumindest nicht in dieses in der Setting Pass, was ich in meinem Kopf habe. Ja, das wundert mich auch stark gerade. Die Realität ist dann doch grauer als man denkt, nicht so schwarz-weiß. Großunternehmen sind natürlich trotzdem weiter staatlich, klar. Und die Idee ist jetzt, der sozialisierte Sektor steht fortan neben einem privaten Sektor. Die Hoffnung von Lenin ist jetzt, dass der sozialisierte Wirtschaftsbereich expandiert, während der private Bereich im Laufe der Zeit immer stärker zurückgedrängt wird. Ah, Das ist jetzt der neue Plan. Er bezeichnet die Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft offen als Staatskapitalismus. Okay, er will zum einen will er einen Staatskapitalismus aufbauen, zum anderen will er, glaube ich, dann auch zeigen, privater, um jetzt mal diese Wörter am Fortfall aufzugreifen, privater Kapitalismus wird auf Dauer nicht siegreich sein. Korrekt, weil der Grunde ist ja ganz toll und es muss ja der sozialistische Bereich besser funktionieren. Ah ja, okay, da weht der Wind. Da weht der Wind und wenn ihr jetzt sowas hört, er bezeichnet die Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft offen als Staatskapitalismus. Ich habe sofort an einem Land in der heutigen Zeit gedacht, bei allen Dingen. Als Staatskapitalismus? Ja, diese ganze Öffnung des Marktes, aber wir sind trotzdem ein kommunistisches Land und wir bleiben eine kommunistische Regierung. Das klingt so ein bisschen nach China. Ja, sehr, für mich. Wenn du mir jetzt schon den Ball zuspielst. Ja, also ich habe mich wirklich sehr, sehr an China erinnert. Also wenn man chinesischen, also Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas reden hört über ihre Idee, wie das chinesische Wirtschaftssystem zu funktionieren hat, das sind überzeugte Kommunisten und die nennen das als Kommunismus, was sie da haben. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen, aber bei mir kam sofort diese Assoziation hoch. Ja, und das war vor allen Dingen, das habe ich auch wieder überrascht. Auch Lenin hat mich wieder überrascht. Ich habe mal gedacht, das wäre so ein Ideologe, so ein Demagoge. Nur, also von allen Dingen, was man so mitbekommt, war doch eine sehr helle Kerze auf der Torte, nur leider im falschen Genre. Ja, ja, falsche Genre weiß ich gar nicht. er würde mal sehr, also antidemokratisch meine ich damit. Achso, meinst du das? Ja, ja, okay, dem stimme ich zu. weil Russland hat im Jahr 2021 eine Industrieproduktion auf 16,4% des Vorkriegsniveaus. Das liegt da nieder. All das kommt zu spät für die Rettung der Hungernden. Hier wird auch uns nationaler Hilfe gesetzt und es dauert etwas Zeit, bis die Maßnahmen greifen. Doch der Erfolg ist ohne Zweifel und die Wirtschaft kommt wieder auf die Beine. Also ja, das klingt auch nach einem realistischeren Modell, was funktionieren wird, als das mit dieser wir sammeln mal von allen Bauern das Brot ein und verteilen das dann gleich auf Betriebe und Städte. Das klingt deutlich realistischer mit dieser staatliche Kapitalismus, der da angestrebt wird. Das war, glaube ich, Kommunismus. Entschuldige, staatlicher Kommunismus. Da haben wir mal Kapitalismus gesagt, glaube ich. Nee, das ist richtig. Das ist Staatskapitalismus. Staatskapitalismus. Ja, natürlich. Ergibt ja auch Sinn. Ja, das ist der Staatskapitalismus nach der Lehre von Lenin. Ja. Kann man, glaube ich, einen betreuten Kommunisten mit Ärgern mit der Geschichte. Wenn man mal eintreffen sollte, da war, wusstest du im Jahr 1921, du kennst den doch, den 10. Parteikongress und dann hier den zitieren. Ich glaube, man macht sich sehr beliebt. Ja, ich werde vielleicht nicht immer eine Bar voller Kommunisten erzählen. Naja. Man könnte es danach dann eine eigene Splitterpartei gründen. Aber gut, lassen wir das. Jedenfalls, das war der Ostblock. Auch da, man merkt, Arbeiterunruhen und wir haben das jetzt das halbe Jahr hier zusammengefasst dass wir das nicht so stückeln. Ja, fand ich gut von dir, Luis. Also auch immer bei den Vorbereitungen zu den Folgen meinte Luis immer, na, das erzählen wir noch nicht jetzt, das erzählen wir später. Das fand ich jetzt eine schöne Zusammenfassung von dir. Sehr gut, vielen Dank. Gerne. Ja. Und damit kommen wir dann zum letzten Teil. Kommen wir jetzt zum Harry-Graf-Kessler-Teil. Wir sind jetzt wieder wie bei der Einleitung im Park, weil wir ja den Teil, den ihr gerade gehört habt, letzte Woche aufgenommen haben. Ja. Ich ziehe jetzt aus meiner Fahrradtasche im Park, nachdem ich den Witz von vor 100 Jahren vorgelesen habe, etwas, was auch jeder macht in einem Park. Das Tagebuch von Harry-Graf-Kessler ziehe ich raus. Ich möchte anmerken, also richtig, also wir sind echte Zeitreisende, wir haben es halt drauf. Sprungen durch die Zeit. Ja, Steffen, das ist irre. Völlig irre. Völlig irre. Und das Schöne ist, normalerweise sehe ich ja Louis nicht, wenn er sein dickes Tagebuch von Harry-Graf-Kessler hervorholt. Ich höre es nur immer im Hintergrund raschen und blättern. Diesmal sehe ich ihn, wie er diesen tonnenschweren Wälzer, den er mit seinem Fahrrad mitgeschleppt hat, im Park rausholt. Das heißt, ihr seht jetzt... Dieses Ding trage ich den Zeit, heute Morgen, also jetzt abends, auf mein Fahrrad mit durchgegehen. Wie viele Seiten sind das? Ja, Seiten sind relativ, aber es sind bestimmt 1100 Seiten. Ja, also da sitzen jetzt zwei Typen, zwei Zeitreisende auf einer Bank mit Headset. Der eine liest auf seinem großen roten Buch vor. Sieht bestimmt sehr idyllisch und romantisch aus. Ist in Leinen eingeschlagen, roten Leinen mit goldenen Buchstaben, wo draufsteht, natürlich Hardcover Harry-Graf-Kessler. Ja. So lese er nun. Ja, also der Elch mit der Locke im Geweih und mit den schönsten Wimpern definitiv noch seine eigene Meinung. Das kann man schon mal unterschreiben. Er war, wir hatten ja die Ereignisse von vor 100 Jahren, da ist ja sehr viel passiert, die Lage war sehr ernst und ich habe mir immer gedacht, beim Lesen des Chronik-Buchs Harry-Graf-Kessler hat wahrscheinlich sehr, sehr viel dazu beizutragen. Zumindest nach eigener Meinung. Stellt sich raus, die alte Eule ist in Ravena, in Rimini, in Italien, lässt sich gut gehen und dann demzufolge sind doch seine Tagebucheinträge sehr, sehr wenig, weil dieses Tagebuch ist überhaupt nicht dafür vorgesehen, sein alltägliches Leben da zu schreiben, weil das dient ja als Grundlage nach seiner Meinung definitiv hochwichtigen Memoarien. Deswegen sind da nur weltgeschichtlich Relevanz und man hat jetzt nur zwei Seiten zu diesem Beitrag aus Italien. Ich möchte, also ich habe jetzt dieses Bild vor Augen, ein Harry-Graf-Kessler in Rimini sitzend auf einem kleinen Liegestuhl mit einem Cocktail geschüttelt nicht gerührt. Ja, aber das passt auch, weil vielleicht Eintrag vom 14. Mai Ravena erzählt er, wie er halt mit Max von Bologna nach Ravena fährt und Zitat überwältigender Eindruck majestätische Großräumigkeit auf kleiner Fläche das Geheimnisvolle des überirdisch Fürstlichen darin mischt sich die Melancholie des einsickernden Wassers grünen durchsichtigem Sumpfwassers das nixenhaft Teile des Fußboden der Mosaiden bedenkt. Ich habe hier noch mehrere dieser Art Sätze angestrichen, aber ich glaube, wir lassen das jetzt. Also dieser Satz, der ist schon Gold wert. das aus ihm kein Schrittsteller wurde, Gott sei Dank. Grünem, durchsichtigem, also ich meine, er sagt ja nicht nur einsickerndem Wasser, sondern er spezifiziert das ist grün, das ist durchsichtiges Sumpfwasser, das nixenhaft Teile des Fußboden. Das ist aber auch ganz schön gemeint, weil wie gesagt, das Tageberg war nicht geschrieben veröffentlicht zu werden. Natürlich auch fies. Also wenn ich so viele Seiten Tageberg über Leben schreiben würde, die Qualität wäre um einiges wenn ich um den Faktor einen dreistelligen Größenordnung schlimmer. Also ich schreibe ja hin und wieder und nein, ich schreibe nicht so. Ja. Dann fährt er nach Rimini und über Rimini meint er Bastardgeburt aus Gotik und Frührenaissance ohne jeden eigenen Reins. Oh, hart gedisst, eine Bastardgeburt. Ja. Dann fährt er nach Bologna zurück, also nach Bologna, weil nach San Marino geht nicht, weil dort sind angeblich bolsche Wisken geflohen, die vor einigen Tagen einen Arzt aus Rimini erschossen hätten. Da möchte man natürlich nicht hin zu der Zeit. Und generell seine Ansicht zu Bologna, also der Gegend in Italien, üppiger Reichtum der Kulturen und Armseligkeit der Häuser auf dem Plattenlande, soweit es nicht Schlösser sind. Man sieht hier förmlich die Ansaugung, die Aussaugung der arbeitenden Landbevölkerung durch die reichen Besitzer. Die zwei großen Knicks in der Geschichte des Christentums. Seine Erklärung zur Staatsreligion durch Konstantin mit der Folge, dass es den ganzen Pomp des römischen Kaiserreichs übernahm und das Auftreten Franz von Assisi, wodurch wenigstens etwas von Christi Geist in die Welt einzog. Ravenna und Assisi, die beiden großen weltgeschichtlichen Gegenpole. Abends zurück nach Bologna. Okay. Punkt eins. Ich finde es ja wieder toll, dass er am Anfang sich darüber auslässt, wie schlimm es doch, also wie schlimm doch die Arbeiterklasse ausgebeutet wird. Also er ist ja jetzt auch nicht gerade arm und ist jetzt auch nicht gerade einer der harten Arbeiter, auch wenn er das sicherlich anders sieht. Mit harte Arbeit meine ich körperliche harte Arbeit. Aber in letzter Zeit hatten wir schon öfter den Eindruck, dass er sich so ein bisschen als Verfechter der Arbeiter sieht. Ja, genau. Also in der Einführung zu diesem Tagebuchwerk, was die Zeit von 1919 bis 1923 überdeckt auf diesen 1100 Seiten, wird auch geschrieben, dass er sich politisch wandelt zum Roten Grafen wird beschrieben und das zeichnet ihn auch aus, dass er seine Haltung mehrheitlich ändert im Laufe seines Lebens. Muss man auch können. Muss man auch können. Und was er eben kann, was ich ihn ja auszeichne, warum ich es für sinnvoll erachte, eben dieses Tagebuch hier zu präsentieren, nachdem wir uns auch etwas über ihn lustig gemacht haben, aber nur etwas. Berichtet er, 16. Mai bis 2. Juni ist er in Florenz, fast drei Wochen in Florenz. Und hier beschreibt er, so einen längeren Besuch waren Fritz, Inru, Jouvet, 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 bitte nicht schlagen, französisch garantiert falsch ausgesprochen, Breitscheid und Guglilmo Ferreiro da. Auch falsch ausgesprochen, ich werde alle vier vernichten. Ich habe geguckt im Personenregister, wer das ist und das ist halt das, was ich finde, was Harika Kessler halt auszeichnet, dieses Netzwerk. Also einmal hat man Fritz, Inru, das ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der Weimarer Republik. Dann hat man diesen Jouvet, der war fünfmal nominiert für den Literatur-Nobelpreis, hat er nicht bekommen, ist aber trotzdem kein unbekannter Schriftsteller, den man mal so jeder in seinen Urlaub um sich rum hat. Also noch ein Schriftsteller, ja. Ja, dann gibt es Fritz Breitscheid, SPD-Politiker, ehemaliger preußischer Innenminister. Gibt auch in Berlin den Breitscheid-Platz. Genau. Und dann ist der Italiener Guglilmo Ferreiro der ist Historiker, Schriftsteller, auch sehr bekannt, ähm, intellektuell in seiner Zeit. Was auch spannend ist, alle diese Personen, die genannt wurden, hatten Ärger mit den Nazis. Also der Italiener auch mit, ähm, Mussolini. Ähm, Breitscheid ist im KZ umgestorben, äh, gestorben, wurde umgebracht noch vor Kriegsende. Ähm, und die anderen sind geflüchtet oder hatten auch große Probleme. Und ich finde, man kann ja auch Leute immer ganz gut daran messen, was sie für Freunde haben. Also das, man kann glaube ich viel überspielen, aber an den Freunden kann man die wahre Haltung ablesen. Wenn jemand super, super Nettheit ist, und, äh, aber man merkt, alle seine Freunde sind irgendwie, haben die eine extremistische Ansicht, die man nicht teilt, dann wird der dieser Mensch die wahrscheinlich auch haben. So meine ich das. Ja, das muss man vorsichtig sein, ne? Ich denke schon, dass man sowas auch überspielen kann, um in den Freundeskreis hineinzukommen. Das ist auch wieder wahr. Jedenfalls, der hat, also das sind einfach spannende Leute, die auch heute noch bekannt sind, und wo ich sage, mit denen hätte ich selber auch gerne mal Zeit verbracht, weil Intellektuelle sind, und auch die, die von den Nazis nicht gemocht werden, was jetzt für diese Menschen spricht. Toll. Das zeichnet Harry Graf Kessler aus. So viel zum Harry Graf Kessler Teil. lässt es sich gut gehen in Rimini, in Florenz. Ha, das war's schon. Das war's schon. Gut. Ja, liebe Zeitreisende, ich hoffe, ihr wart fröhlich dabei auf dieser Zeitreise, in die Zeit vor 100 Jahren, beziehungsweise in den letzten fünf Monaten der Frühjahrstaffel, und ab jetzt heißt es warten, bis die nächste Staffel anfängt, und indem man wartet, Luis, macht man was? Man reist in die Zukunft. Also man hat eine Zeitreise. Ja. Ich finde auch, hier liegen Leute in den Hängematten und auf den Decken rum. Ich frage mich, was die denken, was wir hier eigentlich tun. Aber gut. Zeitgeschichte. Ja. Genau. Und damit entlassen wir euch in die Sommerferien, liebe Zeitreisende. Hört gerne alle Folgen nochmal von Anfang an. Es dauert nur vier Tage und noch was. Genau. Und es besteht darauf, dass er kein Sternbrot trinken wird. Ja. Und kommt ihr gut durch den Sommer. Das war die aktuelle Folge von vorhundert. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aufs Band sprechen und uns Rückmeldungen geben. Denn über Rückmeldungen freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 55339 tun oder unter info at vorhundert.de oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details siehe Webseite von uns vorhundert.de Vielen Dank.